Ja, moin liebe Freunde der Kriegsführung und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Valkyria Chronicles 4 in der Complete Edition. Wir fahren fort, meine Damen und Herren, wir fahren fort. Wir gehen erstmal in den Kommando-Raum. Und zwar wollen wir uns erstmal angucken, wer jetzt überhaupt fertig ist und wer nicht. Ich bin der Meinung, dass man die Leute schon mal aussortieren kann. Das machen wir jetzt auch schon mal. Theresa ist Soldatin. Nico, Unteroffizier, auch fertig. Ja, alles klar. Dann raus. Millennia kommt rein dafür. Und was mir sehr peinlich ist, ich hatte keinen Mörser dabei. Das ändert sich jetzt. Einen Mörser nehmen wir mit. Haben wir noch einen Unteroffizier? Viola. Boring. Boring. Sehr schön. Und stattdessen nehmen wir... Ryan. Ach, genau. Soldat. Gefreiter. Ja, das glaube ich, dass er jetzt gefreiter ist. Nietzsche ist auch gefreiter. Gut. Ich glaube, das haben wir schon mal soweit. Kommandoraum verlassen. Yes. Truppengeschichte gucken wir uns gleich an. Erstmal gucken wir in die Kantine. Gut. Alles klar. Ich gucke immer lieber erstmal in die Kantine, bevor ich irgendwie unsere Erfahrungspunkte nutze. Gut zu sehen, Claude. Lass uns sie beginnen. Ach, dieser Blick. Jetzt zeig mir, was du von gemacht hast. Aber gerne doch. Erstmal werden wir alle unsere Leute leveln. Und genau ein Level. Man sieht, die Erfahrungspunkte gehen schnell hoch. 18.000 brauchen wir mittlerweile. Für alle Abteilungen. Mach es! Ja, machen wir. Jawohl! Level up für alle! Vielen Dank. Sehr schön. Du hast verstärkte Sprengkraft erlernt. Dieser Befehl erhöht den Angriff gegen Panzer eines Verbündeten. Sehr schön. Ja, weiter geht's erstmal nicht. So viele Punkte haben wir nicht. Yes. Ja, ich hab's jetzt mal übersprungen. Ich weiß, ich bin ein böser Buche. Macht nichts. Na, hast du noch neue Waffe für mich? Möglicherweise. Nein. 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 Okay. Panzerteile? Zufällig? Nein. 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 Okay. Kaktus. Nope. Der ja leider zerschossen wurde beim letzten Mal. Okay. Ja. Wir sind fertig. Gut. Dann gehen wir raus in den Buchmodus. und schauen uns die Truppen-Stories an. Beziehungsweise erstmal speichern wir. Ich weiß, wir haben sehr viel erreicht. Macht nichts. Truppengeschichten. ein Gebet für die Gebrochenen. Ein Gebet für die Gebrochenen. Genau, das hat mit Nico zu tun. Durch Nico haben wir es freigeschaltet. Ein Gebet für die Gebrochenen. Einsamer Wolf. Ich habe einen guten Preis für das Ding. Und dieser Doodad ist auch nicht so schlecht. auch nicht so schlecht. Ja, siehst du, den haben wir sogar schon durchgespielt. Fährt mir gerade ein. Damit. Das ist ein Gebet für die Gebet für die Gebet für die Gebet für die Gebet. Das ist ein Gebet für die Gebet für die Gebet für die Gebet für die Gebet. Das ist ein Gebet für die Gebet für die Gebet. Nicht jeder ist so privilegiert als du. Unsere Leute müssen uns schrauben und schrauben uns durch die Gebet für die Gebet. W-Please! 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 Ja, ein wunderschön und liebiger Mann. Er war ein Dachsund-Rights-Aktivist, mit dem vielen Unterstützern arbeiteten, Tag und Nacht, um gegen die Bedeutung und Hass zu kämpfen. Aber im Endeffekt, seine Träume nie kamen nicht wahr. Er wurde verletzt und verletzt von Extremisten, während einer friedlichen Protest. Das ist schrecklich. Das ist Leben. Brodwin ist nicht anders. Er ist ein Refugee, du kennst. Der Krieg hat ihn aus seinem Haus und der Familie gebrochen. Wo er ging, wurde er mit kaltem Hörern und kaputten Hörern getroffen. Die einzige Person, die er sich anbelangt, war er selbst. Das ist deswegen, dass er seine Körper verletzt. Er versucht nur, zu überleben. Richtig. Oder vielleicht hat er sich so leid, dass Menschen ihn in seiner Reise stereotypen hat, dass er sie falsch verletzt hat. Es ist alles so... schade. Ist es nichts, was wir tun können, um Hilfe zu helfen? Nicht in meiner Macht, zumindest nicht. Diskriminierung ist ein größer Problem, als jeder eine Person kann lösen. Es ist schade. Aber es ist wahr. Ich glaube so. Ich glaube so. Ich will. Danke. Tschüss. Neue Episode wurde hinzugefügt. Konsequenzen. Ich glaube, wir haben zwei Truppengeschäfte freigeschaltet. Oh, Godwin! Kann ich dir mit nichts helfen? Was für... Ah! Es ist dich. Ich habe mir gedacht und habe entschieden, dass ich dir helfen möchte. Alles, was ich tun kann, sage es einfach und es ist dir. Nicht will, es braucht es nicht. Nicht alle von einem verdammten Kind. Hör auf mich und füllen. Alt und verbittert. Hä? Hey! Warte! Verständlich in seiner Lebenslage. Godwin! Wo bist du? Hm... Du hast ihn verloren. Verdammt. Was ist ihr Problem? Ist das ein bisschen schrecklich? Es heißt Kompassion. Vielleicht solltest du es mal versuchen. Sie will nur, dich glücklich sein. Das ist alles. Hast du sie auf das? Das ist alles Nikos Idee. Ich habe noch nichts getan. Oh, da bist du! Schau mal, Godwin! Klaw hat mir gesagt, dass du bald auf eine Recon-Mission gehst. Und ich gehe mit dir. Es gibt nichts, was wir nicht tun können, wenn wir zusammen arbeiten. Die Begeisterung ist riesig. Die Begeisterung ist riesig. Die Begeisterung ist riesig. Oh, hi. 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 Das ist das, was ich liebe Kinder. Du bist derjenst, der hier schrecklich ist. Du bist derjenst, der hier schrecklich ist. Niko nicht verdient dich auf die Haut, und du es wißtst. Oder du wirklich glaubst, dass du der einzige in diesem Weltall, der es auf die Höhe hatte? Das ist meine Leben. Ich weiß nicht, wo du dir sagst, wie es zu leben. Du bist gar nicht. Niko hat viel zu lernen, aber zumindest ist sie versucht. Mehr als ich für dich sagen kann. Ich hoffe, sie ist okay. Niko hat viel zu lernen, aber ich bin froh. Oh, war es dein Turnier zu retten, den ignoranten Savage von selbst zu retten? Äh! Deswegen diese kirchliche Erziehung. Ich bin ein glückliches Junge. Ich muss auf die Nummer 1 schauen. In der Ende, all ich werde sein ist ein weiterer Rötig. Nichts, sondern ein Schwerger für die Schwerger wie ich mich zu entscheiden. Oh, verdammt. Diese Ringe ist nicht wirklich schlecht. Ich bin sehr schrecklich, aber ich bin sicher, dass jemand mir dafür verdient. Du kannst sogar nicht ehrlich sein, oder? Da bist du, Godwin! Ich schaue dir überall für dich! Nico, du bist in Wurzeln. Was ist passiert? Ich dachte, er wäre in den Kriegern, also ich schaue ihn für ihn. Nachdem du durch den Wurzeln, ich bin froh, dass du immer so schützt bist. Natürlich! Keine Zeit für mich zu fühlen, wenn Godwin nicht glücklich ist. Mehr wichtig, es ist Zeit für die Rekon-Mission. Du kannst mich beten, um mein Bestes zu machen, und schau dir deine Rückkehr! Das ist wie, schütz meine Hände gegen eine Wurzeln. Außer eine Wurzeln mir keine Puppe-Dog. Hm. Ja... Neue Episode. Drei Aufklärer. Ein Gebet für die Gebrochenen. Drei Aufklärer. Das sieht nach der Karte Fest und Krex, äh, Krex... Krex. Fest und Krex aus. Gucken wir doch mal. Lass uns die Missionsbriefung beginnen. Mhm. Imperiumstruppen wurden in Föderationsgebiet gesichtet. Truppe E muss sie auf... muss sie stoppen. Der Feind rückt verdeckt vor, sodass wir seine Zahl nicht genau bestimmen können. Vorsicht vor Hinterhalten. An deiner Stelle würde ich frühzeitig Aufklärer entsenden. Das feindliche Hauptlager wird erobert. Godwin, Nico oder Rosetta stirbt. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Drei Aufklärer. Besiege die eingehenden feindlichen Einheiten durch die Eroberung ihres Hauptlagers. Die Mission ist gescheitert, wenn Godwin, Nico oder Rosetta umkommen. Das wollen wir natürlich nicht. Das ist alles. Aufwärts zum Glück, Squad E! Mhm. Let's all do our best. Good luck! Don't you have something to say, Godwin? Sure. Stay out of my way. Mhm. Alle Aufklärer. ... Russ. Uh... Mina. Wiley. Hmm. Faria. ... Ne, Aufklärer brauchen wir nicht wirklich mitnehmen. Nehmen wir mal euch mit. Ja. Ich weiß nicht, was hast du denn vor? Ich verschaffe mir einen Vorteil. Denn mit drei Aufklärern wirst du mit nicht sehr viel reißen können. Na ja. War ja nicht sehr von Erfolg geprägt, würde ich mal sagen. Aber der Feind hat nicht sehr viele Punkte. Drei Punkte ist nicht doll. Verbündete Verstärkung ist angekommen. Und wir haben mehr Punkte. Deutlich mehr Punkte. Und es ist noch A. Immerhin. Speichern. So, dann gucken wir doch mal. Also, wir haben erstmal Ferrier haben wir dabei. Dann nutzen wir so die doch auch mal. Ja. So, auf die Schnauze. Ah, habe ich da gerade richtig gesehen? Namsträchtig? Ui. Oh, wir haben ein bisschen was aufgedeckt, würde ich mal sagen. Oh, oh. Ich glaube, wir bräuchten... Ne, brauchen wir nicht. Stimmt ja, richtig. Ja. Da war ja was. Das wurde ja entsprechend modifiziert. Stimmt. Röne Chanita. Namsträchtig. Komm her. Die lebt immer noch. Verdammt. Oh, Ferrier. Scheiße. Oh, gib die runter, die Sau. Ja, war klar. Scheiße. Laden. Nein. Wird geladen. Laden. Lad, du Sau. Das war scheiße. Trotzdem gehen wir noch mal so vor. Und tschüss. Genau, Enemy Down. So wollen wir das haben. Ah, deswegen hat sie so auf die NOS gekriegt. Weil ihre Verteidigung verringert wurde. Das ist natürlich blöd. Oh, ihre Verteidigung wurde sehr verringert. Warum stirbt er nicht? Ah. Das ist nicht unbedingt so weg. Klasse, dass die Verteidigung so verringert wird. Los. Tu es. Das, wo er an ihrem Helm liegt? Höchstwahrscheinlich. Sehr schön. Ja, hat geklappt. Und erobern. Sehr schön. Und Deckung suchen. Ach, das sind die Dinger wieder. Diese komischen, ganz komischen Panzer. Finde ich sehr merkwürdig, muss ich sagen. Leech. Als Verstärkung beordern. Gut. Und jetzt, Freunde, sammeln wir Erfahrung mit Mörsern. Ich habe nicht sehr viel Erfahrung mit Mörsern. Aber wir machen das Beste daraus. Na. Und Feuer. Hat sie gerade Double Kill hingelegt? Tatsächlich. Alter, geil. Sie ist übrigens auch eine Darkson, wie ich weiß. Weil die Darksons haben tatsächlich keinen Namen. Also keinen Nachnamen. Deswegen weiß ich das. Aber ich finde die gar nicht so schlecht. Muss ich wirklich sagen. Also ich finde die wirklich gut. Okay. Rosetta? Nö. Befehle können wir ja nicht einsetzen. Das ist halt das Blöde. Aber. Wir können einen Ingenieur beordern. Das können wir machen, ja. Okay. Euf, du kommst nochmal dran. Oder Eufie. Oder wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, wie der Name ausgesprochen wird. Und Feuer. Sehr schön. Hervorragend. So viele Mörsereinsätze haben wir jetzt ja nicht. Wenn ich ehrlich bin. Rieskant. Aber wir versuchen es. Bevor sie mir vernichtet wird. Bevor sie mir vernichtet wird. Glück gehabt. Ui. Runter. Scheiße. Ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht machen. Ferrier-Mensch. Scheiße. Ist das überhaupt noch Rang A? Ich glaube nicht. Doch. Das erstaunt mich. Der ist direkt vor deiner Nase, mein Freund. Belebe Ferrier wieder. Ich hoffe, das funktioniert so. Ja, du bist am Leben. Meine Liebe. Aber nicht lange, wenn das so weitergeht. Nietzsche. Erstmal knallst du bitte den Scharfschützen Arsch da über den Haufen, der es gewagt hat. Ferrier-Ferrier-Schießen. Drecksau. Och, Göttchen. Was war das denn? Sehr gut. Da sind sie. Okay. Du hast eine ziemlich gute Position, meine Liebe. Muss ich ja wirklich sagen. Ich glaube, es reicht auch, wenn ich die drei einsetze. Ich hoffe, es zumindest das mal. Ich weiß nicht, wenn ich das kann. Bitte, schau ihn! Okay, den hat es schon mal erledigt. Du bist dran. Du bist dran. Ich glaube, sie können das machen. Feuer! Das war der Panzer. All right! Jetzt ist unsere Chance. Und sie aufmunitionieren. Ich erwarte sie. Dein Herz schlägt ordentlich. Alles wird gut. Irgendwo hier, hatte ich gesehen, ist eine Ragnarkiste. Da ist sie. Triff sie bitte. Hervorragend! Und vorwärts mit dir. Und vorwärts mit dir. Ich hoffe, das klappt, so wie ich es mir vorstelle. Da ist das MG. Ach, komm schon. Und Feuer! Jawoll! Genau! Du hast es! So. Ich weiß nicht, ob sie es geschafft. Ich hoffe es natürlich. Falls nicht, ist es leider so. Ich weiß nicht, ob sie sich vorstelle. Oh ja, bring uns den Sieg. Sehr geil. Ja! Die Frau in der eisernen Maske hat es gemacht. Ja! Ja, indem ihr da gestanden habt. Ja! Mann, es ist endlich終了. Do me a favor and remind me to never deploy with you two again. Herrlich. I don't know. From where I stood, you look pretty into it. Not like I had a choice. If I hadn't been there, that little missy would just be another corpse to loot. Oh, geschafft! Ja klar, gibt nicht sehr viel Kohle, macht aber nichts, aber trotzdem gut. Oh, geschafft, ey. Oh, 4568 Erfahrungen, 5211 Dukaten und vom Fein konfisziert ZMMP2. In Klammern E. Eine neue Episode wurde hinzugefügt. Die schauen wir uns aber in der nächsten Folge an, liebe Freunde. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wenn ihr mögt, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Zu einer neuen Folge von Valkyria Chronicles 4 in der Complete Edition. Ich sage nun einfach, euer Lars sagt tschau, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen und bleibt gesund. Tschau, tschau.